Freunde der Nacht, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe meines kleinen, aber umso feineren Magazins FotoMove. Und heute richtet sich das an all die, die das Video geschaut haben, in dem es um den, wie ich nach wie vor finde, Kapitalenfehler in Luminar 4.2 geht. Da hatte ich schon angedeutet, dass ich versuche mit dem Support Kontakt aufzunehmen und euch dann jeweils auf den neuesten Stand bringen werde, wenn sich da irgendwas ergibt. Ob sich was ergeben hat, wie der neueste Stand ist, das alles zusammengefasst nach dem Intro. Wer jetzt gar nicht weiß, worum es geht, ich werde das Video hier mal verlinken. Es geht um einen, wie ich schon finde, deutlichen Fehler in der Software Luminar 4.2. Und wie ich mittlerweile hören konnte, ich habe natürlich in verschiedenen Foren und Hilfeforen gestöbert, ist dieser oder damit artverwandte Fehler gar nicht so neu. So, es gibt tatsächlich schon seit Luminar 3 Probleme, was die Ebenen angeht, was den Export der Ebenen angeht. Jeweils unter verschiedenen Betriebssystemen, manchmal nachvollziehbar, manchmal nur schwer nachvollziehbar. Und seit Version 3 wird insbesondere eben auch in Zusammenhang mit dem Stempelwerkzeug, mit dem Radierenwerkzeug, schon Besserung versprochen. Als mir dieser Fehler so vor die Füße fiel, habe ich natürlich einen Tag danach oder vielleicht sogar noch am selben Tag in das Hilfeforum geschrieben. Und das ging dann relativ schnell. Dieser Beitrag wurde nie veröffentlicht. Aber ich bekam eine Mail, in der stand, oh, das wäre doch vielleicht besser, wenn ich mich direkt an den Support wenden würde. Das habe ich dann getan und dann rund anderthalb Wochen nichts mehr davon gehört. Dann griff ich in meiner Sendung das Ganze nochmal auf und ärgerte mich ein bisschen, denn auf Facebook bekam ich gefühlt, jede Stunde einmal eine Werbung Luminar zu kaufen. Und ich dachte, super, Werbung funktioniert bei denen ja gut, aber ich kriege scheinbar keine Antwort mehr. Also habe ich unter dem Video auf Facebook dann direkt an die Facebook-Truppe von denen geschrieben. Ich nenne die jetzt mal PR-Truppe. Und siehe da, in kürzester Zeit bekam ich Antwort, dass das ja ganz doof ist, dass man sich nicht bei mir gemeldet hätte, wo das Problem liegt. Man wolle sich kümmern. Das taten die dann auch und schickten mir dann, was ehrlich gesagt ein bisschen eigenartig war, einen Screenshot, dass mir doch wohl ein Mitarbeiter auf meine Support-Anfrage geantwortet hätte, diese Mail mich aber nicht erreicht hätte. Da kann man immer schwer was zu sagen. Ich bin bereit, das zu glauben. Dann fragte man mich, haben Sie denn noch eine andere Mail-Adresse? Vielleicht ist da was schief gegangen. Dann habe ich denen nochmal zwei Mail-Adressen gegeben. Und ich muss sagen, alle sind letzten Endes bei einem Provider, aber einem der ganz großen, ich nenne den mal, ohne da Werbung machen zu wollen, meine großen Mail-Adressen und Domains liegen bei Strato. Und unter keiner, wir haben es ausprobiert, das funktionierte gut im gegenseitigen Dialog, keine der Mail-Adressen, die bei Strato lagen, kamen durch. Nun dachte ich schon, na jetzt denken die vielleicht, ich stelle mich dumm, habe ihnen also noch eine vierte Adresse gegeben, die auf einem ganz anderen Server lagert, bei einem anderen Provider. Und das funktionierte dann. Also da auch mal als Tipp, wenn ihr bei Strato seid, vielleicht haben die da, sperrt Strato das grundsätzlich als Spam, was sie schreiben. Keine Ahnung, kann ich nicht nachvollziehen. Kurzfassung, schon in dieser ersten Antwort, die ich dann nochmal als Mail bekam, stand sinngemäß drin, ja, da gibt es irgendeinen Fehler, man würde daran arbeiten. Sie würden ja raten, dass man die Bearbeitungen mit dem Stempelwerkzeug, mit dem Radierentool eben eh ganz zum Schluss irgendwie macht. Naja, habe ich geschrieben, dass ich da auch eine Sendung zu machen werde und ich sage mal, ich habe so den Eindruck, das hat das Ganze auch ein bisschen beschleunigt. Dann schrieb man mir nochmal dringender, ich soll doch bitte mal ein kurzes Video schicken, in dem ich zeige, wo der Fehler lag. Das hatte ich ja auf der Platte liegen, das hatte ich ja für meinen eigenen Bericht verwendet, habe denen das geschickt und die schrieben mir, ich könnte das jetzt auch alles zeigen, aber ich denke mal, das können wir alle mal so glauben, sonst könnte ich das auch belegen. Da schrieben die mir halt, ja, den Fehler können wir auch nachvollziehen. So, mit der Begleitfrage, was ist denn, wenn Sie das Tool eben mitten im Verlauf benutzen, ab wann setzt das da aus? Also habe ich das nochmal ausprobiert und es setzt genau ab Einsatz dieses Tools aus und es gibt diesen Fehler, der die Bearbeitungsschritte definitiv zerstört. So, Trick nach wie vor für alle, die da in Sorge sind, man kann es dann ganz rückgängig machen und Schritt für Schritt wieder stapeln, aber das ist natürlich bei vielen Bildern und unterschiedlichen Bearbeitungen dann auch ein ziemlicher Aufwand. So, und daraufhin schrieb man mir, danke für die Mitarbeit, der Fehler ist jetzt ans Programmierteam geleitet. Es gab noch eine weitere Mail, ein Supervisor meldete sich, weil ich ja Verbindungsprobleme hatte und fragte, ob ich denn jetzt nett behandelt worden wäre. Also diese, ich nenne es mal nochmal, PR-Abteilung funktioniert wunderbar. Ich fühlte mich bestens aufgehoben und das spiegelt sich auch wieder in vielen Kommentaren zu meinem Video, dass alle sagen, na, wenn es einen Fehler gibt, die melden sich ja schnell. Also, die melden sich schnell, aber es endet immer damit, ist mein Eindruck, dass gesagt wird, okay, wir geben es jetzt an die Programmierer weiter. Und da gibt es insofern auch Neuigkeiten, meine Recherche ist natürlich weitergegangen, es gibt schon zahlreiche Fehler, die schon seit langer Zeit existieren und einfach nicht behoben werden. So, es ist, wie gesagt, das Radierentool, deren Empfehlung ist es als letztes zu benutzen, was in meinem Workflow keinen Sinn machen würde. Ich mache erst die groben Sachen, ich retuschiere erst die großen Sachen aus dem Bild und mache dann die Feinbearbeitung. Nun gut, dann kann man das eben erst zum Schluss machen. Trotzdem funktioniert es dann auch mit dem Export bei manchen nicht. Ich glaube, das betrifft vor allen Dingen die Windows-Version, da gehen Sachen auch durcheinander. Kleinere Bugs gibt es auch, auf Macintosh-Systemen ist die Apple-Maus nicht richtig verwendbar, funktioniert nicht wie erwartet. Auch das ist schon lange angekündigt. Also, Kurzfassung, man wirft seine Kritik offensichtlich schon in so ein Groschengrab und muss dann hoffen, dass mit einer nächsten Version nachgefixt wird. Und die Chance, was heißt die Chance, die gebe ich denen noch, wenn also 4.3 rauskommt, halte ich jetzt mal die Daumen, dass dann alles zumindest schon mal besser wird. Es gibt aber auch eine andere Aussage in einem Forum, dass man so intensiv an den Geschwindigkeitsproblemen arbeitet, dass man für kaum etwas anderes noch Zeit hat. Das stimmt dann auch wieder nicht so hoffnungsfroh. Also warten wir auf 4.3 ab und dass ich euch 4.3 wünsche und zwar mit Daumen halten und allem oder meinetwegen auch 4.4, wenn es sein muss, liegt daran, dass viele ja Luminar kaufen, weil sie kein Abo bei Adobe eingehen wollen. Das kann man respektieren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Nur, wenn dann solche gravierenden Fehler einen ganzen Versionssprung brauchen würden, also wenn die Verbesserungen erst ab Version 5 vielleicht drin wären oder die Fehlerbehebung, dann ist höchstwahrscheinlich der Fall, dass ihr auch wieder zahlen müsst. So, und die Updates sind ja jetzt auch nicht ganz billig und damit dann letzten Endes mehr bezahlt, als ihr vielleicht für ein Abo bezahlt hättet. Zumindest wird es dann, sieht die schöne Rechnung, die man da aufmacht, dann eben auch nicht mehr ganz so schön aus. Das bitte ich euch zu bedenken, denn bisher haben die großen Versionsupdates auch immer Geld gekostet. Also, Kurzfassung, es gibt noch keine Änderungen. Der Support weiß definitiv Bescheid. So, das habe ich jetzt auch von anderen gehört. Ich bin nicht der Einzige, der ähnliche Fehler gemeldet hat. Lasst uns die Daumen halten, dass das Team da zumindest bis zum nächsten Versionsteil, also 4.3, 4.4 meinetwegen, die Fehler langsam angeht. Zum Schluss, ich glaube, die haben sich einfach übernommen. So ein Slogan wie Lightroom, Killer, in dem man einfach nur Teile noch dazu schustert, das ist schwierig. So, das ist fast nicht schaffbar. Vielleicht hätte man sich da einfach auf die gute zentrale Engine als Lightroom-Plugin irgendwie beschränken sollen. Dann würden jetzt auch nicht die Kapazitäten für Nachbesserungen fehlen. Ja, das als kleines Update. Ich halte euch natürlich nach wie vor auf dem Laufenden. Wenn es euch hier gefällt, dann drückt auf den Like-Button und zieht in Betracht den Kanal doch zu abonnieren. Dann immer dienstags eine kurze Folge zu einem Fotothema und freitags der Chat live. Ich sitze dann hier tatsächlich, rede mit euch oder auch mit Gästen zu einem meist etwas weiter gefassten Thema, das wir als Fotografen auch mal über den Tellerrand hinaus blicken. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche und haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen. Tschüss! Musik 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 Untertitelung. BR 2018